Ein ganz netter Hundekuh. Der braucht einen Moment, um zu wissen, dass man es gut mit ihm meint. Ist ein bisschen vorsichtiger, aber das ist ja auf keinen Fall verkehrt. Er macht das total klasse. Er sitzt erst seit heute. Das hier ist etwas laut. Man darf die Situation hier auch nicht vergessen. Er sitzt seit einer halben Stunde in diesem Pennel und muss das hier alles ertragen. Er macht das ganz toll.